segoli klasse techniker Fegoli, Fegoli, Doppelpass, Tor! Was für ein Auftritt von Fegoli und Fegoli. Die zwei alleine haben die koreanische Abwehr auseinandergenommen. Algerien führt 4 zu 1. So ist es entstanden. Hier geht Brahimi auf die Reise. Dann kommt Fegoli dazu. Den Rest machen die beiden gemeinsam. Fegoli, Brahimi, 4 zu 1. Was wäre denn die Koreaner ausgespielt da hinten? Zwei Doppelpässe, einer außerhalb des Strafraums, der andere drin. Schwupps, dann ist es passiert. Brahimi, der dritte Torschütze. Der von den neuen Strafrauten.